herzlich willkommen zu einem video von heyday das neue halloween update ist da und das ist amüsant so wie es auch in jeder beschreibung von heyday steht gucken wir uns doch mal die einzelne an aber vorher möchte ich auf einige bugs eingehen die in dem spiel sind zum einen habe ich diese belohnung hier schon zum dritten mal bekommen einmal auf meinem laptop auf meinem handy und jetzt auch noch am pc also ich habe jetzt dreimal fünf diamanten bekommen finde ich nicht schlecht ich weiß nicht für alle die auch auf mehreren geräten spiel haben es bestimmt auch öfters bekommen manche haben sogar gar nicht bekommen und noch ein toller bug den ich jetzt zeigen werde die fotos sind mehr oder weniger freiwillig zur verfügung gestellt worden von linus und honigglas und zum teil auch dominik aus der gemeinschaft ja wie ihr seht gibt es minus bestände bei denen bei der scheuen kapazität wie genau der trick funktioniert möchte ich jetzt hier im video nicht sagen weil ihr habt nachteile dadurch denn das minus wird nie wieder zurückgesetzt zumindest war es bei dem letzten update so wenn ihr dann zum beispiel homersuppe kriegt wie in dem fall dann seid ihr bei minus 13 ja bis ihr dann mal wieder gescheite homersuppe habt kann sich jeder selbst ausmalen dauert ewig ja und jetzt noch zum letzten das ist natürlich sehr krass also linus wird wahrscheinlich nie wieder soja so so haben oder eisenbarren ich glaube das kann schon mal adieu sagen zu eisenbarren weil die mitte nie wieder sehen ja das zu dem bug ok kommen wir zum update ja auch noch ein bug war mit den gemeinschaftsbitten wenn man geholfen hat dann wurde das nicht gezählt aber dieser bug ist glaube ich schon oben da war nur ganz kurz also man hat geholfen und dann wenn man wieder auf die farm gehen gegangen ist konnte man noch mal helfen das war nur ganz kurz das hatte ich nämlich gemerkt weil ich war direkt nach dem update on habe lolly bei der stadt geholfen aber habe ich habe ich habe aber dreimal geholfen ich hatte sieben kissen habe dreimal die kissen von man dann wird es gezählt ja dann hat sie nachher noch vier kissen aber ich habe dreimal die erfahrungsmutter bekommen aber der bug ist auch schon da weg das war jetzt erstmal zu den anfangs bugs die wir gefunden haben jetzt zum update ja man kann jetzt bei lieferwagen bestellung und wie ich schon erwähnt aber stadtbestellung helfen dreimal am tag das war das wo ich schon vorher geteasert habe es gibt was was vielleicht nicht ganz durchdacht ist und genau das ist das dreimal am tag überlegt man hat lkw aufgaben neun stück eine halbe stunde wenn man aktiv spielt zum beispiel beim lkw event ist dreimal am tag und empfiehlt es mal für die gemeinschaft sehr sehr wenig das finde ich ein bisschen schade also da hätte das hätte man anders machen soll vielleicht dreimal pro stunde oder dreimal pro drei stunden irgendwie sogar dreimal am tag ein bisschen wenig aber so einfach gut neuer bergbauschub das ist nice man erhält mehr bergbau mit jedem bergbau ging schon mehr ärzte für bergbau aufgaben sehr geil natürlich sind bergaufgaben so schon einfach aber mit dem schub noch einfacher münzschub das war das was ich schon vorher immer gesagt habe wenn es jetzt beim doppelt geld lkw event auch mal münzschub geben würde dann wird sich das viel mehr lohnen und jetzt gibt es den münzschub also beim nächsten geld event wird er genutzt neuer fischschub fangen schwerere fische auch geil vor allem für die neuen platin gewichtsklassen es gibt ja bronze silber gold beim angelbuch jetzt gibt es ein platin platinum gewichtsklasse macht das die angel events leichter dass man auf die kilogramms kommt wird wahrscheinlich aber auch das gewicht an sich höher gesetzt sein was es eventuell schwieriger macht wenn man keinen fisch schuf hat aber das wollen wir erstmal abwarten und gucken wie es ist verbesserte postbote der postbote ansonsten mal fünf briefe am tag gebracht jetzt bringt er mehr das soll im fall geil und gemeintestellt kann man jetzt sehen wie viele online sind das war vorher auch anders da konnte man nicht sehen wie viele also da konnte man gar nicht sehen worden ist jetzt kann man sehen wie viele und sind aber nicht wer und ist das vielleicht auch noch ein ding was man vielleicht noch verbessern kann damit man weiß wie bei clash royale zum beispiel weiß man ja immer wer und ist vielleicht eine verbesserung noch vom system auch ist vielleicht auch nicht ganz durchdacht aber vielleicht denken die auch manche wollen nicht erkannt werden aber dann hätten sie das auch gar nicht machen müssen ja meg hat neue sachen es gibt neue dekoration ja dann noch so bug fixes und das neue power derby da müssen wir jetzt mal gucken das ist nämlich hier zu finden das ist nämlich auch sehr interessant die aufgaben sind ein wenig leichter was das heißt werden wir im derby erfahren also auf jeden fall mal im live stream vorbeischauen oder halt selbst austesten die aufgaben die man absolvieren kann sind höher normal in der chemisliga kann man neun aufgaben machen diesmal 14 das war ja 9876 also für jede liga immer eins mehr beziehungsweise 1 weniger in der chemisliga 14 aufgaben machen dann auch jeweils mehr und man hat höhere chancen auf verbesserungsgegenstände für scheuen und silo von belohnung für teilziele und größere mengen davon das einfach geil bin ich mal gespannt wie viel das ausmacht wenn das genauso wenig ist wie bei den anderen derby sind sehr schade hoffentlich hauen sie jetzt hier mal richtig auf die kacke bin ich mal gespannt das war es zum update das war es eigentlich schon zu den ganzen verbesserungen ich bin mal gespannt wie das so weitergeht hier kann man jetzt um hilfe bitten dieser button hier oben sieht man wie viel online sind 15 grad online das ist solide ähm statt zeige ich euch auch sofort eben das angelbuch zeigen hier gibt es jetzt platin habe ich natürlich noch bei keinem fisch platin ich habe auch keinen angelschub ich denke mal nicht dass ich jetzt auch schwere fische angeln werde ich kann hier sogar einen fisch nur einsammeln ja gibt dann wahrscheinlich fünf diamanten ich denke mal nicht dass es vier gibt warum hoch zählen ne ja gucken wir noch kurz in der stadt mit hilfe ähm ich glaube ich kann hier drinstehen ne stellen wir mal kurz einen rein mal der trick 17 geht auch wartet suche anzeigen zack hier kann ich zum hilfe bitten geil so muss das sein ja also das ist auf jeden fall cool natürlich update ist ein bisschen wenig aber müsst ihr denken ist das halloween update halloween und oster update ist meistens immer ein bisschen weniger sommer update und winter update sind die großen also das große update steht noch bevor es kommt nämlich im dezember ja also auf jeden fall nice was jetzt ist also ist auf jeden fall nichts wo man sagt scheiße ist auch nichts wo man sagt aber muss ein bestimmtes level dafür sein ja gut vielleicht power derby aber wir wissen nicht wie einfach die aufgaben sind gucken wir mal ansonsten bedanke mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen falls ihr noch irgendwelche fragen habt ab in die kommentare damit werde ich alle beantworten oder leute aus meiner community werden euch da auch helfen alles klar bedanke mich fürs zusehen haut rein und ciao bach